Wir sind heute bei der Kundenorientierungs-Gala bzw. bei der Empfehlungs-Gala. Es gibt ja offensichtlich schon für alles eine Gala. Die Banker bzw. die Versicherer oder auch Bausparer nennen es Recommander-Gala. Was denn da so abgeht und wer denn da der Empfehlungsweltmeister oder der Beste empfohlene ist, das erzählt uns dann heute die Finanzklientel unseres Landes. Und ob eine Finanzmarketing-Empfehlung oder eine Finanzempfehlung im Rahmen der Wirtschaftskrise auch wirklich noch etwas wert ist, das hören wir heute. Empfehlungs-Gala kann man sich irgendwie ganz gut vorstellen. Was das heißt, Recommander-Gala, heißt in Ihrer Fachsprache, was wird denn da empfohlen? Der Kunde empfiehlt seine Bank, seine Versicherung oder Bausparkasse. Das heißt, wir fragen ihn mit einer sehr einfachen Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass er eben bereit ist, seine Bank, Versicherung, Bausparkasse, einem Freund oder Bekannten zu empfehlen. Und das wird umgesetzt in ein messbares Ergebnis. Und da werden jetzt erst ja billige Kunden betragt. Wie viele sind es denn genau? Heuer sind es erstmals 5.000. Wir haben die Ergebnisse aufgestockt von bisher 3.500 auf 5.000, damit die Ergebnisse noch genauer werden, erstens. Und zweitens, dass wir mehr Banken und Versicherungen hineinbekommen. Jetzt haben Sie heute einen sehr renommierten Keynote-Speaker, der dort unter anderem darüber spricht, ob denn eine Empfehlung in der Zeit einer Wirtschaftskrise, Finanzkrise auch wirklich einen Wert hat. Hat eine Empfehlung in einer heutigen Zeit, eine Finanzempfehlung einen Wert? Naja, ich würde sagen, sie hat wahrscheinlich einen viel größeren Wert. Warum? Weil die Kunden kritischer geworden sind. Und man kann nicht davon ausgehen, dass sie ihre Bank empfehlen, wenn sie selber ein ungutes Gefühl haben. Und dann, wenn sie es aber tun, dann mit gutem Grund, würde ich sagen. Empfehlungsgabe. Ich glaube, wenn man zusammenkommt und man trifft interessante, erfolgreiche Leute, dann gibt es immer irgendeine Form der Weiterempfehlung in der Folge. Ich glaube, die Leute suchen Vertrauen. Und Empfehlungen kann ich auch nur aussprechen, wenn ich Vertrauen zu den Menschen habe. Daher kommen schon auch Kunden auch immer zu den Banken und suchen dort eine vertrauensvolle Information und eine Beratung. Eine Empfehlung kann man natürlich ausgeben, aber die Entscheidung liegt dann immer beim Kunden. Durch Empfehlungen hebt man ja Menschen und hebt man auch Unternehmen. Und so gesehen ist der erste Preisträger oder ist der erste Platz immer sozusagen der beste. Ich glaube überhaupt, es gibt kein schönes Kompliment für ein Unternehmen, wenn es von einem Kunden weiterempfohlen wird. Oder von möglichst vielen Kunden. Ich glaube ja fast, dass Sie bereigender Gewinner sind. Ist das möglich? Möglich, ja. Möglich schon. Wir haben da überhaupt keine Berührung. Also jeder darf jeden empfehlen. Ja, selbstverständlich. Aber wenn man vom Kunden empfohlen wird, dann hat es schon besonders einen Sinn, oder? Das ist das Beste. Wenn man sich unter anderem empfiehlt, ist es auch gut, aber bringt nicht immer so viel, oder? Was glaubwürdig am besten ist, wenn es der Kunde macht. Die Institute können sich das nicht aussuchen. Sie werden getestet. Wir sind hier beim Herrn Sobotka. Eine zufällige Namensgleichheit, weil ja der Landeszähler, sprich im Land Niederösterreich, ist ja auch ein Wirtschaftslandesrat, der dort zählt. Der zählt aber, glaube ich, nicht so wie Sie, nämlich mit Net Promoter Score. Was ist denn das genau? Also ich möchte vorausschicken, weil mit dem Herrn Landesrat weder Verband noch verschwägert, ich zähle auf eine andere Art und Weise. Ich zähle Net Promoter Score. Wir haben für den Finanzmarktverband eine Befragung durchgeführt, wo wir 5000 Österreicher befragt haben, mit zwei Fragen. Bei welchem Institut ist Ihre Hauptbankverbindung, Ihre Hauptversicherung bzw. Ihre Bausparkasse? Und danach, wie wahrscheinlich ist, dass diese Bank diese Versicherung bzw. diese Bausparkasse Freunden oder Bekannten weiterempfehlen. Und dieser Score wird berechnet aus dieser Frage. Und das heißt dann Net Promoter Score? Net Promoter Score ist nicht von mir erfunden, ist erfunden von Fred Reichelt, einem amerikanischen Unternehmensberater von BN & Company, einer der weltweit führenden Unternehmensberatungen und hat sich in den letzten Jahren als Maß für Kundenzufriedenheit in Großkonzernen durchgesetzt. Und wenn wir heute sagen würden, was heißt denn jetzt eine Recommender Gala auf Deutsch? Ja, eine Gala für die Bankenversicherung, die am meisten weiterempfohlen werden. Denn Recommend ist ja Weitempfehlung. Bei der Recommender Gala haben im Übrigen gewonnen bei den Banken die Sparkassengruppe und die Reifessen-Bankengruppe, dann die Tiroler Sparkasse, die Grazer wechselseitige Versicherung, die Basler Versicherung, die Reifessen-Bausparkasse und Aufsteiger des Jahres wurde die Grazer wechselseitige Versicherung. Herzliche Gratulation.